...representing Belgium. Schauen wir ins Wasserhindernis, da ist Yannick Scherer unterwegs, mal da mit der Fahrer aus der Schweiz. International, der Konflikt immer wieder bei den großen Fassieren, aber auch bei nationalen Meisterschaften. Im letzten Jahr war er top platziert in Liefitzan. Da beim CAI, also da bei den internationalen Meisterschaften in Liefitzan, Nr. 6, Karte Meyers, Neuwerk-Hochswinds. Bravo! Bravo! Ah, ne! Lampartneich, meine Damen und Herren, der Bekästler aus Belgien, jetzt im Hinland ist Nr. 5. Unterwegs Sporthaus fährt ins Indianer, doch er hat ja schon einige Bestzeiten auf sein Konto fahren können. Und der Fahrer aus Belgien sind vergesprochen, wie hier läuft die rote Städte in 5. Obstacle No. 5, now representing Belgium, ist Team No. 17, Nathan Nais. Lampartneich! 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 Vielen Dank.